Und herzlich willkommen in der nächsten und weiteren Folge von The Forest. Ich muss noch The Forest starten. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ich habe es geschafft, das Games über das OBS zu starten. Darüber war es ja dieses andere Programm. Jetzt ist es das OBS. Ey, das hat mich jetzt so aufgeregt. Aber ich war gestern, so müde schon. Ich habe nämlich ein Problem. Und zwar, ich brauche nämlich einen Kühlschrank, nämlich Platz. Ich brauche Platz mittlerweile. Und da steht halt Alkohol noch drin. Dieser Alkohol, der muss weg. Also, damit ich Platz habe. Der steht da seit über einem Jahr schon drin. Bestimmt zwei Jahre locker. Und jetzt muss halt dieser Scheiß dann halt weg. Okay, da habe ich jetzt keine Wahl. Das bedeutet, dann muss ich halt jetzt das Ganze mit Cola verdünnen. Weil sonst geht es nicht. Das ist dann zu stark. Bei der Hitze auch. Und dann abends noch. Ey, vorher kann man das nicht saufen. Aber mit Milch zusammen ist das auch eine geile Nummer. Man, Milch ist total mittlerweile. Deswegen, muss man das halt mit Cola vermixen. Und so bedeutet das, dann muss man halt den Flaschen da aushaufen. Und dann habe ich noch irgendeine Flasche stehen. Ich nehme es auch noch weg. Hängt der jetzt wirklich? Da ist noch eine Tür. Da ist noch eine Tür. Ist auch noch eine Tür. So, 100 Jahre später fällt er endlich. Das Problem ist. Ja, hier. Und zwar wisst ihr, was ich mir überlegt habe. Wo ist dann eigentlich die Bindungsschlage da? Ich bin mir überlegt. Von hier nach dort. Also genau hier an der Stelle nochmal. Eine extra Tür zu bauen. Digga, Alter. Warum hängt das so? Hier. Von hier. Alter. Hier. Von hier. Nach darunter. Nach darunter. Genau zum Fluss hier. Digga, wo ist denn er? Nein, so. Genau. Von hier nach darunter. So, hier. Zu diesem Fluss nochmal eine extra kleine Schiene zu bauen. So, damit ich hier ein sicheres Geleucht darunter habe. Was, Hölle war das denn jetzt? So, ist er noch die Koffer. Oh, ich habe mich schon schreckt, Digga. Hier gehört, Digga, noch nie gehört, aber das Tier. Also, irgendwie taugt mir das nicht. Das mit dem davor, so. Immer wieder weg, dem Mist. Ich habe mich schon schreckt, Digga. wir bauen jetzt einen wagen Brief Dekoration sind das Gut weiter Ja geht auch an man Also kann ich das Essen nicht aufhängen oder ist das zu klein dafür Okay Wenn wenigstens bekomme ich ein CLM Refail Ah nicht davon laufen Scheiß drauf Dahinter laufen lohnt sich nicht nur Energieverschwendung Hier ist ein Pilz den kann ich essen warte noch nicht Ich knack den nächsten Baum Ich muss fertig werden hier Okay 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 Weißt du was ich mir bauen kann Weißt du was ich mir bauen kann Und ich kann mir den hier bauen Und zwar was kann ich mir damit bauen Ein Wasserschlauch Wie viele Tücher 5 Tücher baue ich dafür ne Eine Dafür müsste ich dann Die ganzen Kaffer Keine Tücher Die ganzen Kaffer Keine Tücher Weißt du was ich mach jetzt noch was Und zwar Ähm ich will nicht dass die Lebensmittel verschwindet werden Weil ich krieg sie nur ein einziges verschissenes Mal Und dann war es das Um Um Ja. Und einen Schrank davon bleue ich aus. Kein Ernst, nur Stöcke? Okay, mach mir das so, weil ich eh einen Wagen benötige. Okay. Okay. Das Geld bringt mir nur später was im Labor. Boah, ich glaube sogar nur das Kleingeld. Und ein Seil. So, einen haben wir ja jetzt erstellt. Wie viel brauche ich davon? So, ein nur. So, müsst ihr was jetzt machen? Wir gehen fort zur Markierung. Und füllen das auf hier. So. Das ist unsere Notreserve quasi. So. willst du was ich werde jetzt abspeichern nach dem baum schon sehr ruhig was schon wirklich sehr ruhig schreckt doch nicht so das nächste aufbauen super kann ich jetzt bomben stämme drauf machen also angeblich kann man doch leichen drauf machen und es wird hier ja ich glaube das geht nur jetzt bei mir im offline modus im online modus habe ich das auch schon versucht hat nicht funktioniert aber im online modus könnte sogar klappen bei offline modus ich glaube diese bäume zu bäumen schmerzt aber die sucks dir so 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 wo war man die phasen eigentlich von laufen sehen muss ich so richtig durch den wald hier habe ich nicht gesehen das ist nicht so gut jetzt ich brauche jetzt einen zweiten hin da kommt nur stöcke rein wo ist eigentlich mein wagen müsste er nicht markiert sein da warum ist er nicht markiert und ja 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 Homemade! Vielen Dank. Also hier laufen doch Hasen um. Okay. Hasenfalle. Hasenfalle. Wo ist die Hasenfalle hin? Da. Ein bisschen weiter weg natürlich voneinander. Okay. 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 Wee! Kettig! Eins, zwei, drei, hier fallen. Okay. Ja, das ist jetzt nicht so gut, warte mal. Nö, nö, erstmal speichern, erstmal speichern, Digga, erstmal sichern. Doch noch kümmern mit so'n Knätsch. Nein, ich wollte auch nicht meine Waffe einstecken. Halt's ab, Digga! Sein Hundesohn. Liegt sogar ein Zahn, warte mal. Erstmal was essen. Ähm, jetzt noch schnell was trinken. Nein, du sollst doch trinken. Trinken mit R2. Waffe auswählen. Als Obdäcker. Ich hab' jetzt Fleisch gesammelt. Aber ich hab' jetzt das kleine Fleisch gesammelt, Mann. Weißt du was? Ich esse noch was. Und speicher. Speichern, Speichern. Offline ist es das A und O. Alles andere kannst du vergessen. Ohne Speichern. Nichts möglich. Nichts. Der Knecht jagt aber hier immer noch irgendwo rum, also... Da wirst du. Ich werde dem nicht hinterherjagen, das dauert zu viel Energie. Wir haben schon einiges hier weggemacht, die Seel. Wir kommen langsam wieder zur Nacht. Und ab 31, ich dachte noch einer. Scheiße. Okay. Um, na, 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 na. In here. Du glaubst, ich seh dich nicht, du kleiner Pisser da hinten. Hm. Ich muss mich echt beeilen und alles aufbauen hier. So, genau deswegen... Seht ihr das? Die können nämlich auch vorbei mit klettern. Deswegen habe ich da vorne... ...die ganze Rand am Rand von der Base weggemacht. So, das war's. ... 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 Okay, wir werden jetzt aber hier einen keinen Klack machen. Das bedeutet, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge schon wieder. Und das heißt, in der Forrest ein bisschen spielen. Ich muss die Moves heraussenden von denen, siehst du? Okay, zwei, eins, zwei. Jeder hat auch seinen Schlag, so. Ich hab ihm nicht so gefallen. Wo ist mein Essen? Ich hätte nicht sagen, pfiffen, Digga. Ja, ich will dich unbedingt loswerden. Mein Milch ist mir echt auf den Knist. Wo er die erste Falle steht. Seht ihr das Tablet? Das müsste ich eigentlich aufheben können. In seinem Flugzeug. Schade, dass ich es nicht so auch aufheben kann. Schade, schade, schade. Damit könnte ich quasi glitschen. Na gut, wir machen jetzt aber hier einen Cut. Und dann sehen wir uns auch schon in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao. Ciao.